Hooray! Richtig große Stadt ist es hier auf jeden Fall. Ja, also was heißt richtig groß? Das ist ja eigentlich atemberaubend, wie das hier ausschaut. Überall, wo man hinschaut, Hochhäuser. Vorgenommen habe ich mir auf jeden Fall eine Medaille. Oder wir als Team eine Medaille zu gewinnen. Ja, es ist ganz anders als bei uns in Deutschland. Die Hochhäuser nebeneinander hier zu sehen, ist einfach nur Wahnsinn. Und die Menschen hier kennenzulernen, ist mir einfach Spaß. Mein Ziel ist Gold, ganz klar. Mein größter Konkurrent ist der aus Chines Tapé. Der ist auch Titelverteidiger, weil er in Leipzig mit dem Andreas Schenk zusammen Gold geholt hat. Und das ist mein größter Konkurrent, aber ich werde ihn schlagen. Bis jetzt alles super. Also wir hatten eine super Woche. Eine super Vorbereitung. Und wir waren schon auf Wettbewerbsfläche. Alles in Ordnung. Also der Wettbewerb kann beginnen. Mein Ziel ist, im oberen... Ja. Und seit den ersten fünf auf jeden Fall. Und eine Medaille, das wäre auch wohl schön, ne? Das war's, wie worry. Vielen Dank. will's scoot! Ja, wir sind pongg steady Deutschland in Berlin.